Guten Morgen, also irgendwie habe ich schon fast das Gefühl, dass man, wenn der Tag anfängt und es hell ist, die Glatze noch viel mehr sieht. Kann da was dran sein? Ja, ich war gerade bei der Physiotherapie auf letzte Minute, also bin komplett so hier auch dahin gegangen und... Oh my, oh my, oh my. Ich werde heute einfach mal versuchen eine Runde zu laufen, mit den Stöckern natürlich. Einfach mal wenigstens zweieinhalbtausend Schritte in einem Stück. Bisschen frische Luft schnödeln. Und ein J-Book habe ich auch dabei und eine Kamera. Mal gucken. Ein paar Sekunden später... Mal gucken. Schüttel, Schüttel, Schüttel. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020